Hallo und herzlich willkommen bei Red.Gamble. Ich bin natürlich auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel States of Survivors. The Walking Dead. Äh, was steht da? Kollaboration. Genau. Ah, okay. Ich habe es gestartet. Was ist das? Nein, das brauchen wir nicht. Da, überspringen. So. Gut, dann geht es jetzt los. Machen wir noch Vollwüter ein. Hohohoho. Oh, okay. Aufmachen, das kostet Geld, wollen wir nicht. Oh, das soll ich es nehmen, das soll ich es nehmen. Ach. Johoho. So, noch drei. Und der letzte. Ach, war schon der letzte. Schön. So, machen wir den hier noch fertig. Okay. Und das war's. Gut, 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 gut. Da haben wir hier noch ein paar Soldaten. Hier ein paar Soldaten. Hier ein paar Soldaten. Hier haben wir eine Forschung. Ach, nee, das war das Dingens. Das Gold. Oh, ist aber ein Fehler. Marschieren. Rettend. Kann man auch gleich machen. Okay. Die Fischrunde. Okay. Ein Unfallbericht. Oh, ist das. Das ging einfach. Oh, ist das. 3-fache Geschwindigkeit ist gut 3-fache Geschwindigkeit ist gut 1-fache 3-fache 4-fache 5-fache Hätte ich nicht besser machen können. Ok, die marschieren, dann mache ich einmal das hier. Ok. 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 So schlagen wir uns jetzt so durch. Noch auf dem Weg dorthin, okay. Leute abholen geht auch ziemlich schnell immer. Verbessern. Ja, das ist gut. Trainieren. Verbessern. 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 Trainieren. Verbessern. 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 Habe ich einmal vergessen zu drücken. Nochmal. Verbessern. 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 Hm, doch. Forschung. Verbessern. Fünf Minuten immer. Naja, da brauchen wir erstmal nichts. Manitär ist. Super. Ne, das brauche ich nicht. Heilen, 14 Sekunden. Upgraden, okay. Und meine Leute sind fertig. Was haben Zombies mit Spinnen zu tun? Na ja. Eine andere Art von Zombies. Spinnen-Zombies. Spenden. Spenden. Fertig. Dann schauen wir mal, was haben wir hier noch. Okay. Oh, elle la porte quitte. Hm, noch nicht ganz, hier haben wir nur erhalten, ok, was ist das da für ein roter Punkt, ja, ich, ich Nachricht, ich, 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 kann den auch schon machen? Nein, geht nicht. Können wir den hier machen? Hm, der ist ein bisschen weiter weg. Ach, ist egal. Oh, das geht. Vielen Dank. Zubi, das sieht doch gut aus. Dritte Welle und dann müssen wir alle noch weiterlaufen. Ich sitze erst an den ersten Kästchen. Das sind bestimmt drei Kästchen. So, der S-Abschnitt ist clear. Noch weiter. Und wir haben was Schönes ein. Nein, gibt's nichts. Ach, nur zwei Kästchen. Gut. Ah, noch auf dem Rückweg. Zwei Talente. Zwei Talente. Zwei Talente. Zwei Talente. Get the ball dies. Zwei Talente. Geht das jetzt so? Okay. Off weg. Oh, diegelesch. Okay. 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 Dann machen wir das mal ganz kurz. Aktualizieren. Und spielen. Warum muss ich aktualisieren? Ich habe es mir doch gerade erst runtergeladen. Muss man nicht verstehen, oder? Na ja. Na ja. Gut, das sieht doch schon mal ganz gut bislang aus. Müsste ja gleich fertig sein. Marschieren. Dann machen wir den hier jetzt noch. Okay. 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 Und wieder zwei Kästchen. Schon wieder der. Geht noch nicht. Wusste ich doch. Gehen wir zurück in der Stadt. Sagnapolen. Leute heilen. Helden. Können wir welche verbessern. Oh cool. Fast voll. Was kann ich in den Laden machen? Gratis. Dreimal gratis? Dann nehme ich doch dreimal gratis. Hier ist das Gold oder die, wie heißen die am Bullen? Bio-Cap. Drei Tage. Sieben Tage. Brauche ich auch nicht. Und das ist gut. Warum denn nur? Also ich kann nur die holen zu einem Mist. Was ist das? Drücken dir das Hand-Up-Zeichen. So. 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 Ganze geht los geworden. Das war's. Post. Erhalten. Löschen. Von System. Einsammeln. Einsammeln. Müsst ihr das bei denen jetzt auch wieder machen. Wieder rausgehen. Aktualisieren. Einsammeln. 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 Gut, oder? Einsammeln. Und einsammeln. Und einsammeln. Einsammeln. Das ist auch schon fertig. Das heißt, wir sind gleich fertig. Gut, gut, gut. Gut, gut. Gut, gut. Gut, gut. Gut, gut. in meiner Allianz und das bin nur ich also keiner da Mitglieder doch da ist einer hier ist er jetzt befördern und hier befördern gut hier ist er 4 also das kann man schon nicht machen 40 Spenden an Tag das kriege ich auch nicht hin wo war das denn 26 habe ich oder ich benutze diese hier 1 2 3 4 sind 30 1 2 1 4 5 6 7 8 9 10 sind 40 ok weiter 5 Herausforderungen 4 4 schon gemacht kann man jetzt einfach die letzte nehmen knappe Sache ob ich das schaffen da bin ich jetzt mal gespannt 4 5 5 5 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 13 15 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 20 15 16 15 15 Ok. Den haben wir jetzt noch, was haben wir hier noch, noch zwei Sachen, dann bin ich fertig. Marschieren und marschieren, supi, noch nicht ganz, Berichte, alles verhalten. Ok. Jawohl, alles geschafft. Supi, jetzt noch schnell schauen, was wir noch machen müssen, um die letzte Truhe bei der Daydys zu kriegen. In acht Minuten geht es weiter. Ich hoffe, ich bin schon vorher fertig. Mit, mit, äh, ne, acht Minuten ist wohl das Geschenk, was ich kriege, ne? Ich denke, das ist das Geschenk. So, geht nicht. Äh, das geht, glaube ich auch nicht. Das war eine Rallye. Genau. Das geht nicht. Da brauchen wir mindestens zwei Leute für. Dann, Angriff, Seuchenzone, das geht. Auf eine Zone kann ich angreifen. So, hier ist eine Zone. Drei Mitglieder. Also, den könnte ich nicht angreifen, aber ich habe noch einmal die hier angegriffen. Wie habe ich das denn gemacht? Hm, ich weiß es nicht mehr. Ah, doch. So. Also einmal anwählen und dann angreifen. Abholzungstechnologie, Angriffsstärke, Angriffsstärke, ach, das dauert eine halbe Stunde. Bisschen länger. Ist gut. Ah, fertig. 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 Ach, das Ding ist wieder sammeln. Guck mal. Da die Bücher kann man auch noch benutzen. Der wird vorgeschlagen. Upgraden. Hannibal Lecter oder Chazin Schauen wir mal was mir am meisten fehlt Stahl In der Wildnis gehen Stahlträger, Stahl, Holz Suchen nach Metall Nichts gefunden Benzin habe ich noch gar nicht So weit bin ich gar nicht Also ich bin noch ziemlich am Anfang Dann Nahrung Auch nichts, Holz Auch nichts Kann ich das irgendwie wegsquollen Da ist Nahrung Ah, ich muss Level 15 sein In Hauptquartier Dann will ich mal sagen Sammeln wir die hier Und Was ist das Egal, sammeln wir ein Kann ich noch was sammeln Nein Gut Dann würde ich mal sagen Das war's für heute Missionen haben wir So weit alles fertig Noch hier schnell Sachen abholen Leute heilen Ich muss Level 15 werden Was habe ich denn hier Hauptquartier Ah, 12 Gut Das noch einmal Am voran Und Fertig Spiel beenden Geht nicht Doch Geht Jawohl Dann müssen wir die ganzen Sachen beenden Und Da war's Doch Und Dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen Ich würde mich freuen Wenn ihr dabei seid Bis dann wünsche ich euch Viel Spaß Und auf Wiedersehen Ciao